hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge gemütliches stranded alien dawn was liegt denn da am boden nix so schöner teppich alles wunderbar alles gut so dann gehen wir hier mal auf schneller emilien ist noch was feines wir haben hier viel ist nicht da irgendwer wird irgendwann kochen hungrig wie ein wolf so ist noch was schönes ich habe mir auch überlegt den esstisch hierher zu stellen oder noch mehr gefrierschränke aber für den moment für den moment ist alles gut so der ist fällig für eine weitere expedition wir lassen check noch ein wenig schlafen wie geht es im allgemeinen super geht es ihm von emilien genervt wunderbar ist der richtige zeitpunkt um auf expedition zu gehen so am schiffströmmer an der schiff drum ach so so jack soll das machen schau mal um kümmert sich um pizfackel kümmert sich ums fass ja super so lara bevor du pflanzt machst du bitte diesen hier schlachten so emilien kümmert sich schon das ist gut äh emilien bevor du hier könntest du hier schlachten super so was haben wir da alles schönes kitzelblatt drauf boah alles gut ja der kleine hier so mami lara macht hier irgendwas kümmert sich ums kärfass nö lara mach mal hier so lara nö simon noch nicht erforscht ah der macht das nicht kümmert sich mal transportiere hier äh emilien kann hacken wir machen überlegen ob wir noch mehr ich will diese öfen abreißen und eher klimaanlagen bauen oh schön ich habe so viel altmetall wie möglich gesammelt und einen koffer mit winterkleidung gut gemacht super so klimaanlage yeah wo bauen wir es ein ich würde sagen wir bauen es ähm ok so ich will sie haben ok da sieht man schön wo die wirkung ist relativ zentral hier oder relativ zentral hier würde sagen hier und machen wir noch eine klimaanlage ja oder oder das ist natürlich der burner hier wir machen die gleich hier da ist die super so und für die küche auch eine klimaanlage ja ich denke hier vielleicht oder hier super ja so wir brauchen cpu wir brauchen cpu kerne kommen wir hier hackt stöcke so emilien nerven zusammen doch lara sei nicht immer so chemische synthese mach das wie viele von diesen rauchblättern haben wir hier eigentlich 206 ok so und dann wenn wir den hier abreißen den hier abreißen den hier abreißen den hier abreißen und den hier abreißen so emilien ist hungrig wie ein wolf emilien holt sich essen die zwei streiten ja wieder miteinander ganz sicher ich verliere den verstand wieso so nicht genügend materialien cpu hier könnten wir elektronische geräte anfertigen cpu bis was weiß ich 10 naja vielleicht 5 ja super elektronische geräte bis 10 pate mütze pate mantel so jack muss essen muss jack essen hungrig wie ein wolf ja jack muss essen ok das war nah das war verdammt nah so pass auf emilien arm und dunkel ist gut also ist gut ist äh fertige cpu kern bitte danke so Lara reiß die dinge mal ab und äh check bau bitte eine klimaanlage Lara du hast das super gemacht bevor du trinken gehst kannst du diesen da auch bitte abreißen mhm ja danke so Lara kümmert dich um schmelzofen aber dann mach irgendwas was dir spaß macht was haben wir denn ähm interessiert sich für jack neuer kleidung naja jäckchen hose mhm so ja 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 jahre ja ja jahre ja 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 Jack repariert den Zaun. Ja, ich glaube, wir werden nicht umhinkommen, Dünger zu holen mal. Aber, also bisher war sie überhaupt nicht dringend. So, Moment, sorry. 24 Grad, gefällt euch das? Ich lasse das ohne, einfach so. So, was haben wir da? Emeline! Nein! Nein! Hm. Emeline, was bräuchtest du? Ruhes Essen. Das will ich da auch abdrehen. Ich weiß nicht, warum das wieder... So. Ah, war von Jack genervt. Jack ist doch so super. Da ist nix drin. Trink Bier. So, Emeline. Ah, Haferbrei. So, hier könnten wir an Bauch nutzpflanzen, diese Beeren. Geht sich das noch aus? Keiner weiß es. Keiner weiß es. So, Emeline holt was. Jackpot. Noch eine Klimaanlage. Bam. Jetzt schlacht er da. Ja, da fehlt der CPU-Kern, klar. Super, Jack. Super, Jack. Ja, spielt mal schön die Gerritur. Wunderbar. So. Aus Glitzerkappen. Okay. Eigentlich bräuchten wir da mehr Glitzerkappen. Rauchblatt haben wir ja schon genug. Hier sind die Beeren drin. Da liegt ja auch noch was rum. Silizium, zehn Stück. Okay. Ja, Dünger. Dünger, Dünger, Dünger. Egal. So. So viel ist noch da? Nö. Oh, da liegt so viel noch rum. Oh mein Gott. Ganz vergessen. Was haben wir denn da? Was ist das? Eine Pelzmütze. Okay. Und 70 Metall. Metall ist jetzt egal. Ihr. Wow. So. Möbel. Lagerung. Ein Doppelkleiderschrank. Aber wo stehen wir denn hin? Mit Hölzern. Auf 270. Recht auf 300. Was haben wir hier drin? Passt zu. So. Erst einmal einen Kaffee in der Früh. So. Und pass auf. Check. Ich hätte gerne. Bam. Hans, portier mal was. Was brauchen wir denn noch? Was brauchen wir denn noch? Den würde ich echt gerne abreißen. Einfach so. Mach das. Wir haben echt viel Erste-Hilfe-Zeug. Medikamente. Check. Ah. 43. Super. Check. So. Moment. Dünger. Ist das hier Dünger? Studieren. Was macht sie gerade? Sie hackt. Dünger studieren. So. Passt. Check. Check repariert die Batterie. Das ist gut. Oh. Die war ganz leer. Ui. Okay. Pass auf. Check. Bevor du das machst. Trag dieses Zeug mal weg, bitte. Check. Entdeckt. Den Dünger. Dünger. Super. Wir haben Dünger entdeckt. Yeah. So. Bringt Essen. So. Wir haben hier irgendwo Dünger. Aber wo? Check hole Dünger. Check hole Dünger. Überall. Überall Teile rum. Ah ja. Schläft. Check. Check. Bringt Dünger. Wo bringt er den hin? Jawoll. Ist gut gemacht. Ein neues Insektennest. Großartig. Ah. Da freue ich mich ja. Wer hat denn angefangen mit dem CPU-Kern? Okay. Der ist noch nicht weit. Waaah. Der ist noch nicht weit. Überall liegt das Altmetall rum. Lacher muss ausruhen. Burnout. Ich bin arm. Es ist dunkel. Mach mal her vorbei. Vielleicht gefällt dir das. So. Emeline. Bevor du trinkst. Bring den Paltzmantel weg. Und die Thermalose. So. Raumschiffmüll. So. In der Ferne war der. Oh ja. So. Wunderbar. Wunderbar. Ich wollte jetzt gerade schauen, dass Emeline noch mehr hackt. Oh, das passt schon. So passt es ja. Ja. Noch mehr wird gehackt. Sehr gut, Emeline. Gehackt. So. So. Der CPU-Kern ist auch weit fertig. Gehackt. So. Passt so. So. Emeline hackt noch weiter. weit haben wir da auch eine klimaanlage ja moment emilien düngen vielleicht stellen wir den hackstock einfach daher das könnte man wirklich machen so er hier move und er bewegt auch gleich ja super so emilien geht kochen schön handelkolonieschiff ja könnte man machen aber jetzt ernsthaft ich will gar nicht so wir haben 60.000 eingelegtes gemüse könnte man verkaufen getreide haben wir echt viel eingelegtes gemüse oh stoffe flüssig treibstoff verkaufen gar nicht 20.000 bringende energiezellen das natürlich 600 super so wollen wir irgendwas kaufen? saftblatt, kaktusfrucht, oh siri, fraas, eingelegtes gemüse, nö danke ja es passt so eigentlich wollte ich frieden ein bisschen frieden bis zum nächsten raumschiff aber ist okay ist okay so billig kapsel spiel die charitur er kriegt dabei deine nerven zusammenbruch, super 15 sind gedüngt, das wird schon passen gerät ohne strom, 11, welche, klimaanlage, alle, okay, vielleicht bauen wir uns noch, oh ja, das könnte man aber tatsächlich machen, sonnenkollektor, oder? oder zwei, sicherheitshalber steine die vorerst einmal da, ja So, Emeline könnte echt kochen. Also, äh... Was für ein Frühstück. Sie kümmert sich um Fakke? Achso. Destillerie, Destillerie, das ist gut. So, rein mit Ziru. So, hier haben wir... Was haben wir drinnen? Nö. 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 Wo ist Essen? Genau. Sirup, Öle, Früchte, Gemüse, nö. Passt so. So, hier haben wir... Früchte, Gemüse, Fleisch. Weiß ich nicht. Da brauchen wir da Fleisch drin. So, und hier... Schmackhafte Mahlzeiten. Nö. Das nehmen wir aus. Öle, Fette, sonstiges Getreide. Raus. Und hier haben wir nur Öle und Fette. Passt so. Passt, passt, passt. Ach komm, schade. Ich dachte, es geht sich alles noch aus. Na ja. Versteck dich, Jack. Er sucht sich das Jack-Versteck. Naja. Was haben wir da? Aggressiv... Ach, Jack. Boah, sind das viele. Okay, wir warten. Vielleicht geht es sich aus. Was brauchen wir noch nicht? Genendien Materialien? Ja. Was brauchen wir noch nichts? Amelene Super Check bevor du das baust Ich baue die hier oben So und Lara trägt noch So Lara Einberufung hierher Super ist sich toll ausgegangen Ach Gott sei Dank Aggressive Tiere So wir warten Der Tierangriff Hallo Jawoll So Tierangriffe 1 Tierangriffe alle So von wo kommen sie Von da unten Uh ein Digger Ein Digger Okay Das ist okay Mögen sie kommen Lass sie kommen So Wenn der weit weg ist Wobei den könnten wir oben auch Den könnten wir tatsächlich roben Und die könnten wir auch oben hier Die Bäumchen Die könnten wir wirklich weg machen So Egal Darum geht es jetzt gar nicht Bam bam Oh ein ganz großer So So Einer sollte noch kommen Irgendwann Irgendwann wieder kommen So Überlebende Scherenhänder Schlachten Jungtiere Schlachten Übergroße Schlachten Super So Da würde ich mal sagen Er hier Aufheben Er hier Aufheben Das ist nicht großer Das ist nicht großer So Schlachten So Check Einberufung Aufheben Wunderbar Dankeschön Oh da liegt Müll rum So Vielleicht machen wir Hier Und so Einbauen Kochen Reinspründern Kochen Eins Passt so So Meine Lieben Ich denke mal Das war es für die heutige Folge Ich bedanke mich fürs dabei sein Wir sehen uns wieder In der nächsten Folge Bis dann Tschüss Tschüss